Der Speer ist kaputtgegangen Dafür habe ich zwei Fässer noch erbeuten können Aber jetzt konnte ich es nicht aufnehmen Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu schlimm Aber das funktioniert hier schon ganz gut, muss ich sagen Hier so mit dem Eck Muss ich unbedingt schauen, dass ich noch ein paar Dinge zusammen kriege Hiervon So, gleich nochmal eins bauen Und gleich noch eines, ich würde sagen, gleich hier hin So ist gut Ja, das klappt sehr gut So Wir sind schon wieder am sterben, es ist ein Wahnsinn Das geht am laufenden Band Der Speer ist ein Fassel Fassel So Ich komme gar nicht mehr zu irgendwas Weil ich nur mehr am Essen bin Und kochen und hier und da Und da und hier Anstrengend gerade Aber jetzt müssen wir mal schauen, dass ich noch einen zweiten Grill kriege Dann wird das schon besser werden So Dann nehmen wir auch hier gleich noch einen Schluck Ja, das klappt schon recht gut So Ähm Genau Genau, mir fehlt noch Seil Der geht momentan noch nicht so gut Ähm Fässchen Ich sehe dich Äh So Auch den Haken hier muss ich jetzt schauen, dass ich Ähm Dass das jetzt Äh, dass der gleich erneuert wird So Ähm Werkzeug Weil der Haken geht nicht Da brauche ich ja wieder einen Bolzen, ne Das heißt, ich erstelle mir gleich mal den hier Weil den werde ich jetzt eh bald brauchen Weil ich nur mehr da so stehen bleiben Das ist das beste Eck überhaupt Muss ich schon mal so sagen Ähm Jo Gut Geht ihr schon zum Ernten? Nein Ich, äh Bin leicht überfordert Muss ich Muss ich schon ganz ehrlich zugeben Ähm Planken So, kochen bitte Hier, Planken Da Ähm Wir können noch einen Schluck nehmen Dann sind wir mal wenigstens nicht so durstig So So Passt Und äh Ja Wir brauchen Material Ein Fässchen Schnapp So Jo Wir brauchen Sachen ohne Ende Äh Ich möchte auch gerne bauen Und zwar wieder Ein Dach Also Dach Also Dach ist falsch Ähm So ein zweiter Boden Fundament Rüstung Ah, ist das für außenrum Eventuell Das wäre voll cool Na Geht schon Geht Geht nicht Will er nicht Vielleicht so Vielleicht will er nicht Wegen dem hier Das finde ich aber schade Hier hätte ich schon gern zu gehabt Geht dann vielleicht Der hier Nicht so wirklich Da hast du im Eck Hätt ich gehofft gehabt noch Nein Geht nicht Okay, also wegen der Wegen dem hier Geht das nicht Na gut Ähm Essen Fass Fass So, hatte ich Ähm Also die Was? Achso, ernten Ähm So Jetzt tun wir mal eine Rübe rauf Und dann werden wir mal gut wieder angeln, glaube ich So Mahlzeit Bin nur hungrig die ganze Zeit Auf jeden Fall Den Grill Muss ich jetzt noch angehen Jaja, ich hab dich schon kommen sehen Du Kerl Kannst mir gleich dein Haifisch Steak da lassen So Dann gesund Zack Zack Geht das? Warte Reparieren Jetzt aber Passt So 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 Gut Was haben wir da drüben? Zack 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 Sehr, sehr gut Ähm Die Rübe wollte ich noch aufheben Genau Und die nächste draufhauen Und wieder essen Weil wir sind dauerhungrig Da drüben wäre wieder eine schöne Insel Aber ich hab nach wie vor keinen Anker Wo war denn der noch schnell? Hier Wurfanker Tück, 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 tück So, jetzt hätte ich wieder einen Und könnte ihn auch vielleicht gleich So Jetzt könnten wir es probieren Na, so So Okay Gibt es hier irgendwas, was wir noch lernen könnten? Ich probiere einfach Ich glaub nicht, dass wir da noch irgendwas hätten Nö Bambara Endlich mal Musik So Da 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 Dam 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 Noch dazu so schöne Musik So Da Ja Halt Wir segeln dran vorbei Ich bleib immer irgendwo hängen Das ist ja Wahnsinn Halt 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 Du bist echt lästig So Ich glaub, das ist zu hoch, ne? Das ist die Frage Ob das auch ohne Anker stehen bleiben würde So Schaut zumindest so aus Ich komm hier nie rauf, glaub ich Ne, ohne Anker bleibt das nie stehen Okay So Upp So Dann schauen wir mal Wenn ich hier noch Was baue Moment Mal angenommen Ich baue hier jetzt noch So Warte Warte, warte Warte Einmal Geht's nochmal? Wah Geht's noch einmal Noch einmal Nochmal Na Na Nur hier so, ne? Ah, da geht's nebeneinander Aber hier nicht Hä? Das ist ja ein Schwachsinn Hast du gesehen? Da geht's Vielleicht weil ich das zuerst gebaut hab Egal Ich wollte hier Ich wollte hier Ne Leiter noch bauen Also Ne Treppe Damit ich da rauf kann Ähm So Schau Ich fall immer irgendwo runter Das ist der Wahnsinn Mich trifft nochmal der Schlag hier Hm Da müsste es hier sein Da kann ich natürlich Irgendwie was nicht bauen, ne? Was wäre noch? Hm So ne Leiter Das wär aber auch nicht schlecht Kann ich hier hoch? Ist jetzt verkehrt Ich bin schon wieder hungrig Es ist ja gefreit Echt Ähm Die ist jetzt verkehrt herum, ne? Äh Oh man Dieser Hunger ist echt lästig Friss halt Herrschaftszeiten Immer dieser Hunger Ich muss hier arbeiten Herrschaftszeiten Das Das klappt nicht so wirklich gut Jetzt drück ich da schon auf R Ich will das drehen Wieso geht das nicht? Zerstören kann ich es jetzt auch nimmer Ja Gut gemacht Zocki Da kann man nichts dann Also ich kann da nichts mehr dazu sagen Das habe ich mehr als super hinbekommen Ähm Ist einfach nur ein Wahnsinn Warum geht das jetzt hier nicht? Echt ey Das würde sowieso nix helfen, ne? Aber wieso kann ich das nicht kaputt machen? Sonst kann ich alles hinmachen Hä? Ich kann das doch vorher auch kaputt machen War das aber wegen der Wegen der Axt, weil ich die hatte? Okay Das erfordert noch einiges an Übung Da kann ich jetzt noch nix Ja Also das ist unfassbar So Noch schnell was trinken Da bin jetzt ein kleines bisschen Überfragt Muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen Komm ich gerade nicht mit Vielleicht kann ich hier zur Not Noch einen Leiter bauen Okay Das klappt glaube ich nicht so gut Na Nicht so wirklich Dann müsste ich da oben Scheinbar noch so ein Noch so was haben Oder wie? Ich hab irgendwie das Gefühl Da geht gar nix Das klappt überhaupt nicht Warte Warte Das ist Das ist So Eine Wand vielleicht nochmal So Jetzt da Den Boden Ich hab das jetzt Ach Gott Leiter Du machst mich fertig Treppe Du machst mich auch fertig So Geht da vorne noch was? Alter Alter Hier vorne Da hinten geht's jetzt auf einmal Dann komm ich ja nimmer weg Oder? So ich probier mal was Alter Ich probier mal was So hoch So jetzt bin ich da oben Komm ich jetzt hier rüber Ich hab keine Axt da Ich will's nochmal probieren Ja Das klappt schon mal Okay So gibt es hier oben Steine Zufällig Ich glaube nicht Dunkel ist es auch Ähm Das heißt ich müsste Oha Ich müsste tauchen gehen Ähm Da wäre es ja sicher Aber auch schlau Das essen wir jetzt mal weg So Ähm So So Dann noch was trinken Ganz schnell Ich glaub wenn wir da gestärkt sind Ist es besser für uns Und noch kurz schlafen gehen Glaub ich Bis es morgen ist Zumindest Hat das hingehauen Ja Ähm Natürlich sind wir permanent durstig Ist eh klar Permanent durstig Permanent hungrig So So Du bist auch lästig So Ich müsste mal dringend Auf Tauchstation gehen Mh Weil Wir brauchen Steine Ich rüste mich schon mal Mit dem Speer aus Alter Wo bist du Alter Wo bist du? Oder bin ich das Weil ich ein Saufe Haben wir noch so ein Hai Köter? Nein Bin ich das Weil ich da Ersaufe Oder Ich bin da Leicht überfragt Ich bin gleich tot Wah Sehe ich auch gerade erst Wah Aber ein Steinchen haben wir schon mal Was ist denn da Ey alter Oh man Das ist so lästig Das mit dem Inventar Und alles Das ist schon ein bisschen lästig Ähm So So rein da mit dir Du Klumpert So 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 Ananasan Psst So Wie schauen wir hier aus? Hier waren eigentlich die Sämlinge Die habe ich jetzt natürlich falsch eingeordnet So So Okay Ähm Oh die Kartoffel ist noch da Habe ich ein Glück So So Jetzt mal futtern So Alter Schwede Ich bin mir Ich weiß nicht ob jetzt Ob wir jetzt da Schaden kriegen Vom Hai Oder Ob wir da Irgendwas Am Meeresboden Berühren Was wir nicht sollten Ich Hab Nix Ahnung Das schaut hässlich aus Das ist zweckmäßig Wir haben Schrott Einen Haufen Stein hätten wir jetzt auch einen Haufen Jetzt müsste das doch gehen mit der Axt Ich hatte immer schon genug Stein Ich bin nur doof Das ist alles Jetzt wissen wir's So So Das kann theoretisch so bleiben So So Ja Okay Ich hätte das jetzt gar nicht machen brauchen Schlau 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 Nicht So Also hier hoch So Jetzt nochmal So Na Mhh So Und Hüpf Schau wie sie hüpft sie nicht Hallo Du musst mal kein hüpfen Geht ja So Also die Axt Gleich mal zusammenschlagen Hier alles Zack 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 So ist gut Braves Mädchen Uh Wassermelon Jey Super Das ist gut So Immer schön draufhauen Immer brav draufhauen So ist gut Hammer Tatsächlich Wassermelonsamen Haben wir bekommen Das ist super Doch hier haben wir wieder eine Mango glaube ich Ja Sehr gut Immer schön zusammenschlagen alles So ist gut So ist gut Da musste ich kurz husten Entschuldigung So Glaub so weit so gut Glaub so weit so gut Haben wir alles Fein 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 Ähm Nicht werden Okay Warte mal Warte mal Rot haben wir schon Ich glaube gelb und weiß Und schwarz Da muss ich glaube ich Oh ich bin schon wieder hungrig Ganz schnell eine Kokosnuss verknuspern Die kann man halt nicht braten leider Ähm Alter So Kann man Die Blüten erlernen Nein Boah der Haifisch Ich hab ihn Ach Scheiße Das war natürlich nicht hingehauen Großartig Ähm Wir sollten auch hier mal weiter Ne Das können wir eigentlich schon machen Ähm Wir sind zwar gesund Ich hätte zwar gern schon noch den Schrott geholt Da unten Aber wenn's nicht geht Ich weiß zwar nicht warum wir da Damage kriegen Ah doch der Hai Ist es doch Was hab ich da jetzt aufgehoben Seetang Kann in eine Schmelze gegeben werden Um sich Ein Klipper zu verwandeln Aha Äh Das arme Vieh So kann man das auch Tatsächlich Erforschen Flossen Wie cool Seetang Okay Wir müssen doch noch ein Weilchen hierbleiben Ähm Sand Hab ich grad Sand Wir haben grad echt Sand gefunden Okay Äh ja ich bin grad Ähm Ja Am Essen So Ich bin grad ein bisschen Äh Wow What the fuck Und so Und so Ähm Cool Sand Das heißt eine Schmelze brauchen wir Okay Du bist echt Jetzt ist das schon wieder hin Also die Vogelscheuche hilft echt nur bedingt Ne Aber halt besser als nix Ne Durchfall Ja So Ähm Ich werd aber ein bisschen warten Glaub ich mit dem ansetzen Ähm So Flotte elend Erse ich schon Die rohe Das rohe Gemüse Aber ist ja nix schlechtes eigentlich So Ähm Jo Was soll ich machen Was soll man machen Ähm Hier noch schnell die Nägel rein Das können wir hier noch reingeben Die Blüten Kommen hier rein So 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 Hier wär cool wenn ich noch Das Rezept rein Schmeißen könnte Aber egal Was haben wir hier noch drinnen Schönes Da wär's Sand Das können wir gleich tauschen Machen wir das so zu dem Würde ich vorschlagen So Und so Dann haben wir gleich besser Platz Dann haben wir gleich viel besser Platz So Und so Ja das passt besser Na gut Ähm Dann würde ich sagen Ähm Wir stechen wieder in See Auch wenn ich jetzt seh dann gebraucht hätte Aber Pfff Ich glaub es wird Zeit Dass wir abhauen So Ich glaube zwar nicht mehr Dass ich diese Dass ich dieses Fass noch kriegen werd Äh vielleicht Oh vielleicht doch Na Ist zu weit weg Schade Egal So Okay Ähm Jo Das ist alles hervorragend und super Ähm Glaub ein bisschen dürfen wir noch Ne Dass es uns noch mal ein bisschen zum Müll rüber treibt Gut Ähm Fischen war so ein Thema auch Ne Dafür brauch ich jetzt noch ein bisschen Seile Für die Angel Den Bogen würde ich auch gerne machen Aber das mit dem Klipper ist ein bisschen Wie soll ich denn eine Schmelze bauen Aus So Wie soll ich das anstellen mit der Schmelze Topf Da fehlt mir noch Metall Empfänger Puh Keine Ahnung Naja Wird schön werden Jetzt ist er hin Haha Mistviech So So Ähm Gesund So Passt Einmal unsere Sachen reparieren Das wär nicht schlecht Jaja Immer das gleiche Wir haben nichts So Dann würde ich sagen So Die Melone kann man sogar mehrmals essen Das ist auch nicht schlecht So Und hier Blanken noch Genau So Wie schaut's damit aus Ja Eins wenigstens Okay So Fürs Seil So Hol da die Waldfee Ich müsste auch Ich müsste auch unsere Netze Mal ein bisschen schützen Ich müsste so viel machen So viel Es gibt so viel Arbeit Und keine Zeit Das ist echt schlimm So Und so So Passt Das wäre dann der perfekte Ah Jetzt hab ich es falsch gebaut Ich wollte es hier bauen Ja Egal So Ist das Essen fertig Super So Da 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 Zunächst mal Den Haifisch braten Könnte ich mir gleich rauslegen Weil Melone glaube ich nicht Dass wir braten können Die werde ich glaube ich auch Momentan mal hier reingeben Auch wenn es jetzt keine Blume ist Aber Ich hab Voll Ich bin voll voll So Da 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 So Bist du fertig? Nein Ähm Jo Ich würde Ich hätte auch Liebend gerne Wieder mal so eine Laterne Da fehlen mir noch ein paar Sachen Könnte ich hier mal eine herbauen Das wäre nicht schlecht Und da drüben fallen auch mal eine Jo Das dauert Das dauert Das dauert So Schön braten Schön braten La 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 Aber jetzt denkst du ein kleines Stückchen vom Hai Ne So ein kleines Stück für ein Hai Das ist halt schon Das ist halt schon arm Da könnten locker 15 Haifischsteaks Da Ne Sein Schade Schade ums Viech Jo Es gäbe so viel zum Bauen Und die weiß nicht was sie wo ich anfangen soll Ein Fässchen für uns Zack Ja Das war ein Fehler Das zu bauen Kaputt machen Das war ein Fehler von mir Das hätte daher gehört Geht schon Ja So Und da halt voll nochmal mit dem Zeug Mit dem da Jo Blub 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 Zack Zack Da ist ein Fässchen Und schön schnell hinten nach Also Nachlaufen Habe ich es erwischt? Ich weiß es nicht Genau Wir müssen noch wieder anpflanzen So Zack Zack Und Zack Und Zack Das Haifischsteak braucht schon einen Zettel Bis das fertig ist So Geht jetzt schon was? Nein Mir fehlt noch Schrott Mir fehlt noch Schrott So ein Schrott So ein Schrott Ja Ja Aber den Grill könnte man fast machen Da fehlt nur noch ein Stück Schrott Fässchen Wo du seien Das wäre ein echt Fässer cool Ich glaube ich lege mich kurz mal hin So Und der Part ist auch zu Ende Na gut ihr Lieben Das war es dann wieder für heute Ich bedanke mich von ganzem Herzen Fürs Zuhören Fürs Zuschauen Wünsche euch einen schönen Tag Einen schönen Abend Je nachdem Wie ihr das Video schaut Und wir hören uns beim nächsten Mal Tschüssi Tschüssi Bis zum nächsten Mal.